Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Don't Starve. Wir machen weiter mit unserer Überbasis, Continue. Mal sehen, was dabei rauskommt. Lange Ladezeit ist lang, soll uns aber nicht stören. Mach schon! So, da sind wir wieder. Lass mich kurz nachdenken, wo sind wir stehen geblieben? Ähm, ich hebe erstmal die ganzen Kartons hier auf, mit den Kanickeln drin. Ich sollte die Fallen nochmal setzen. Set Trap. Set Trap. So, wir haben schon Fleisch überall aufgehangen. Wir sollten uns mal am Dünger kümmern. Ich meine, ich habe schon eine Menge zum Vergammeln in unserer Truhe drin. Aber mir ist danach, mal Beefer loszusuchen. Wir wollten noch ein Schweinedorf finden. Wir haben noch eine Menge auf unserer Liste stehen. Und wir kommen dem derzeit nicht so wirklich nach. So, das noch auschecken. Und mir ist danach, gerade mal auch dafür zu sorgen, dass wir eine Truhe haben. Die legen wir dann neben die Drying Wakes, wo wir nur Kanickel reinlegen. Ich weiß nicht, ob die in den Truhen bleiben, die Kanickel. Ich habe die noch nie so lange eingelagert. Aber ich hoffe es einfach mal so, dass wir auf dem Winter vorbereitet sind, der in Kürze in das Haus brechen wird. Ähm, hier sind überall Zweige. Die sollte ich auch einsammeln. Oh, wir haben was Neues im Spiel hinzugefügt. Unten die Rechtsklick-Taste zum Graben. Vorher stand da rechte Maustaste. So. It's getting late. Was? Es wird schon wieder Nacht? Wir haben doch gerade das losgelegt. Aber wir haben letztes Mal noch ziemlich lange gemacht. Da hast du das Problem. So, mit unserem tollen Schild, das halt gar nichts bewirkt. So, Chester chillt ja auch noch ab. Chester ganz viele Karotten, aber das soll auch Dünger werden. Hm, haben wir noch Zeug zum Verbrennen. Wir haben gerade ganz viele Stöcke eingesammelt, aber die will ich nicht verbrennen. Ich sammle mal noch ein bisschen Gras ein. Damit wir halt Feuer für die Nacht haben. So, ja, wir werden gleich mal uns an der Karte orientieren, wo wir jetzt nächstes hingehen. Ich will definitiv mal wieder was erreichen hier. Ich meine, mit unserer laufenden Basis jetzt haben wir schon viel erreicht, aber das reicht mir natürlich noch nicht. Wir wollen ja immer mehr, wie wir Menschen halt so sind. So, ich glaube hier wird nicht viel sein, aber da gehen wir gleich mal lang. Das wollen wir prüfen. Ansonsten hätten wir auch nur noch hier oben eine Ausweichmöglichkeit. Oder hier. Kann ja sein, dass es nach hier weiter geht, das weiß ich noch nicht. Aber hier haben wir auch Savanne. Müssen wir mal gucken. Ich würde sagen, obwohl Chester können wir nicht mitnehmen. Wir können Chester schon mitnehmen, wenn wir irgendwo neu erkunden gehen, aber es bringt nichts, weil er voll ist. So, wir brauchen auch noch Steine. Steine? Ähm, Bretter meine ich. Wir brauchen noch ganz viel Holz. Oh Mann. Ich bin super vorbereitet. Nicht. Aber wir haben wenigstens eine Axt im Moment da. Dann machen wir das jetzt folgendermaßen. Wir machen schon mal das Feuer an. Ich wurde auch darauf hingewiesen, dass ich Hotkeys in dem Spiel verwenden kann. Ich mag aber keine Hotkeys verwenden. Ich weiß, dass das möglich ist. Vielen Dank. Oh Gott, die sind jetzt richtig klein, wenn man die pflanzt. Okay. Das haben sie auch neu gemacht. Gibt es wieder Sachen für uns zu entdecken, was? Ich hoffe, da kommen nicht noch mehr so unangenehme Überraschungen. Ich hatte jetzt vor, die zu fällen, um jetzt erstmal ein bisschen Holz schon ranzukriegen. Und jetzt habe ich mitten in unserem Lager Bäume stehen. Super. Naja, sobald die ein bisschen gewachsen sind, werden wir die fällen. Ich glaube, das Feuer ist ziemlich klein. Haben wir noch Kohle irgendwo? Nein, wir könnten höchstens Tannenzapfen verbrennen. Oder so einen lebenden Stamm, aber den will ich nicht verbrennen. Wer weiß, was dann wieder passiert. Das Spiel ist ja manchmal so unberechenbar. Wir packen mal die Köpfe da rein. Beziehungsweise da raus. Und legen die gleich in Chester rein. Open Chester. Zack. Ah, wir haben schon zweimal verdorbene Lebensmittel. Sehr gut. Oh, die Nacht ist aber echt lang. Man merkt schon, dass es auf Winter zugeht. Die Nächte werden länger. Oh Mann, das kann gleich schön werden. Vor allem, wenn die Tage so kurz sind, da können wir auch nicht mehr so viel am Tag erreichen. Dann wird nicht viel mit der Gegend erkunden. Ich weiß nicht, ob im Winter Bären wachsen, aber ich werde jetzt gleich erstmal die Bärenbücher anfangen zu dümmen. Ah, die Nacht ist ja so spannend. Rennen wir wenigstens ein bisschen im Kreis. Vielleicht gibt es ja neue Sachen, die man bauen kann. Nein. 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 Nein, aber sowas müssen wir unbedingt mal bauen. Survival. Ja, okay, wir gucken später weiter. Erstmal, wie gesagt, düngen. Zack. Zack. Sieht doch schon besser aus. Die könnten auch mal langsam verderben. Ist ja zum Kotzen hier. Ne, tut sich nichts. Naja. Richtung Süden oder Richtung Norden? Ich gehe Richtung Süden, weil wir da direkt Straßen haben. Schauen wir mal. Ich hätte hier Kanickel ablegen sollen, aber ich habe es vergessen. Das war doch... Nein, das war nicht die Straße. Okay, hier lang. Hier haben wir auch noch einen Bärenbusch. Ich mag jetzt aber nicht anhalten und irgendwo was einsammeln. Auf dem Rückweg könnten wir hier ein paar Bäume füllen. Dann haben wir schon mal das Holz für die nächste Tour. Hier haben wir eine steinige Gegend. Okay. Ach, die fieße ich ja schon wieder. Lass mich bloß in Ruhe, sonst kloppe ich dich wieder. So, weiter Richtung Süden. Ein Boxding. Ich schätze, das gehört zu dieser Maschine, die man bauen kann. Ich hebe auch mal böse Blumen auf. Evil Flower, Evil Flower. Und da steht ein Gartenzwerg. Da steht ein verdammter Gartenzwerg rum. Was passiert, wenn ich den Speer aufhebe? Nichts. Okay. Was passiert, wenn ich den Gartenzwerg aufhebe? Auch nichts. Okay, überraschend. Ich hätte fest damit gerechnet, dass irgendwas Schlimmes passiert. Na gut, haben wir hier einen weiteren Bestandteil der Maschine gefunden, die man bauen kann. Von der ich immer noch nicht weiß, was dann passiert. Wollen wir jetzt mal hier ein bisschen weiter schlau machen, was hier so rumläuft. So, unsere Sanity ist beim Blumenpflücken ganz schön nach unten gegangen und da bilde ich mir das ein. Das waren halt böse Blumen. Da macht es Sinn, dass man da auch Sanity Minus kriegt. Beziehungsweise, eigentlich macht es ja keinen Sinn. Ich meine, wir sind ja... Also, ich bin eine böse Person. Demnach müsste die Person, die wir spielen, auch böse sein. Und demnach müsste uns eigentlich böse Blumen heilen. Aber ich glaube, das Spiel denkt nicht so weit voraus. Okay, der Süden war eine Fehlentscheidung, wie es aussieht. Gehen wir ein bisschen weiter hoch. Ja, so hat man immer die Wolken davor, aber man hat mehr Übersicht insgesamt. Finde ich. Ist halt so ein bisschen Konflikt mäßig. Ne, hier ist nichts mehr. Oder geht es hier noch weiter? Hier geht es noch weiter. Wunderbar. Ne, hier ist wieder Fluss. Ja, das habe ich eigentlich die ganze Zeit gedacht, dass hier die ganze Zeit Fluss ist. Okay, dann fangen wir jetzt an, Holz zu hacken. Damit wir genug Holz auf dem Rückweg haben. Und dann gucken wir mal, wie wir weitermachen. Nein, nicht pflanzen. Ich will irgendwas loswerden. Ja, komm, Esti. Ja, dann pflanzt sie halt. Jetzt hat er sie doch nicht gepflanzt. Oder doch? Ich weiß es nicht. Wir machen einfach weiter. Job. Also, wir brauchen eigentlich nicht viele Bäume. Wir brauchen halt nur, muss ich kurz nachrechnen, 16 Holz. Nein, gar nicht. Wir brauchen sogar nur drei Bretter. Ne, wir brauchen nur 12 Holz. Und dann können wir uns so ein Teil eigentlich leisten. Ich kann ja nicht mitnehmen. Ich muss irgendwas loswerden auf dem Inventar. Hier, Beef Jerky. Kriegen wir direkt wieder Sanity ohne Ende. Ich wollte das eigentlich erst in der Nacht essen. Weil es halt mehr Sinn macht, in der Nacht zu essen. Da hat man eh nichts zu tun. Und Essen ist halt ein wenig zeitintensiv. Dann hätte man das wieder so ein bisschen multitasken können. Aber nein. So, ich hebe den ganzen Käse auf. Nächster großer Baum. So, sollten wir wieder von einem Baummonster angegriffen werden, habe ich einen schönen Tipp bekommen. Die kann man wohl besänftigen, indem man neue Bäume pflanzt. Aber, wollen wir die wirklich besänftigen? Ich meine, den letzten haben wir voll umgehauen. Wirklich gefährlich scheint ja nicht zu sein, wenn man sich ein bisschen bewegt. Also mal sehen, wie wir das in der Zukunft handhaben werden. Vielleicht haben wir ja auch mal keine Rüstung dabei oder unzureichend viel Rüstung. Mal schauen. So, mir wurde auch gesagt, ich kann diesen Wiederbelebungsstein ohne Probleme aktivieren. Da man da wohl keine maximale Gesundheit abgezogen bekommt, wenn man die benutzt. Ich will keine Schaufel. Axt, genau. Also da werden wir dann auch nochmal gucken, wie wir das machen. So, das auch noch. Wir haben schon genug Holz, aber ich will halt lieber ein bisschen mehr. Auf dem Rückweg packen wir uns jetzt noch einen großen Baum. So eine Megatanne hier. Und dann haben wir auch genug. So. Ich hoffe zu piepen. So. Ach, was ist das denn? Ach, das Deck ist voll. Okay. Ja, wenn das Deck voll ist, lassen wir es halt liegen. Hätten wir auch nur einen kleinen Busch holen müssen. So, und da läuft etwas gegen den Stein. Hey. Verzähl dich. Ich wollte nur da langlaufen und die Gegner kunden. Will er sich gerade echt mit uns betteln? Wenn er mich nochmal, ich wollte gerade sagen, wenn er mich nochmal treffen sollte, bettel ich mich mit dem. Wobei wir dann auch schon richtig viel Leben verloren hätten. Die sind gar nicht mehr so schwach. Drecksvieh. So, wir sind hier wieder auf der Straße. Die hätte ich eigentlich so nicht erkannt, aber gerade auf der Karte gesehen, dass wir drauf sind. Genau, wenn die Bäume so ausgesehen hätten, nach dem Pflanzen, hätte ich die direkt fällen wollen, aber ich hatte ja mal wieder Pech. Gut, Wall. Ach, ich bin auf dem falschen. Ich dachte schon, hä? Ist mir egal, wenn du nicht mehr tragen kannst. Jetzt kannst du mehr tragen. Die will ich noch nicht fällen. Ich will jetzt, oh mein Gott, ich muss, ähm, ich muss einen fällen.